Unsere Zähne sind heute im Vergleich mit der Situation vor zehn Jahren viel gesünder. Laut der vierten deutschen Mundgesundheitsstudie haben 70 Prozent der zwölfjährigen ein naturgesundes Gebiss ohne Karies oder kariesbedingten Zahnverlust. Zu verdanken ist dies einer verbesserten Vorsorge mit regelmäßigen Kontrolluntersuchungen und Prophylaxe-Maßnahmen. Bei uns in der Praxis legen wir besonders Wert auf die Prävention, auf Prophylaxe und darauf, dass es gar nicht erst zu dem schlimmen Bohren oder ähnlichem kommt. Die besten Ärzte beraten sie in einem warmen, familiären Umfeld über die optimale Vorsorge ihres Kindes. Wir bieten hier Gruppenprophylaxen an oder auch Individualprophylaxe für Kindergärten, für Schulen oder eben auch für die besorgten Eltern, die frühzeitig was für die Zahngesundheit ihrer Kinder tun möchten. Gesunde und schöne Zähne sind ein elementarer Grundstein für ein gutes Allgemeinbefinden und das gilt bereits im Kindesalter. Milchzähne sind noch ganz entscheidende Zähne. Sie haben wichtige Platzhalterfunktionen fürs bleibende Gebiss und der lange Erhalt dieser Zähne muss Ziel einer jeder Zahnarztpraxis sein und so ist es auch bei uns. Speziell ausgebildetes Personal und kindgerechte Behandlungsräume lassen erst gar keine Angst vor dem Zahnarzt aufkommen. Unsere speziell geschulten Prophylaxe-Helferinnen sind alle daraufhin eingewiesen, den Kindern wirklich lieb und nett und mit viel Spaß beizubringen, dass Zähneputzen keine Last ist jeden Morgen und jeden Abend, bei der man mit den Eltern kämpfen muss, sondern dass es Spaß macht und auch für einen selber eine wichtige Sache fürs Leben ist. Lassen Sie sich beraten für die optimale Zahnpflege und das strahlende Lächeln Ihres Kindes. Auf Wiedersehen! Untertitelung des ZDF, 2020